Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Smite. Wie immer euer Team Tim und Fabian. Genau. Und wir spielen wieder mal Domination. Neu, ist halt nicht angemeldet hier. Ja, just in time. Und in wenigen Sekunden, wenn's, wird's dann losgehen. Ja, dauert nicht mehr lange, dann gehört Tom hier. Ja, mal gucken. Ja, Thor ist einfach schon echt geil. Ja, kann's nicht sagen. Ja, und dann mit Odin da in einem Team. Für beide an anderem Start. Ja, das wird schon eine coole Kombi. Ich nehme jetzt mal... Ja, anhue nämlich mal. So lange, weil ich nicht mal die gleichen Heldenzeuge. Ja, nimm mal ein paar andere mal, das ist ganz cool. Ja. Weil die auch zum Teil wirklich komplett verschiedene geile Effekte haben und so. Ah, ich guck gerade, ähm, manche von diesen, äh, Skins für deine Charaktere kannst du auch für Favor kaufen. Das Spiel hier, das eine von, von Odin kostet 11.000, ja, das Schnäppchen. 11.000, ja. Ja, und wenn du natürlich das haben willst, wo die Waffe so geil leuchtet, dann musst du schon dafür ordentlich 400 Gems abdrücken, ja. Ja, das ist in jeden Fall den Euro, ne? Ja, ja, ich geb das so bestimmt mindestens 5 Euro oder so wandert. So in so ein Skin. Ja, wenn man's hat, ist auf jeden Fall ganz cool. Aber ich sag mal, ähm, mir gefällt mein Odin so, wie er ist. No. Sag mal so, die Leute, die es haben wollen, die können dafür bezahlen und die Leute, ja, also ich würd's mir nicht kaufen. Naja, muss man nicht haben, ist halt wie bei LOL, man kann halt sich dieses Skins holen, man muss aber nicht. Und man kann zwar zeigen, oh, guck mal, ich bin jetzt ein ganz besonderer, aber ich hab so ein geiles Skin, aber das macht dich auch nicht besser. Also, wenn du irgendwann mal natürlich ein Ultra Pro bist und in der obersten Prestige, in der zehnten Prestige spielst, so, weiß ich, dann, äh, du bist halt so Ultra, ja, dann kannst du sagen, ey, ich kauf mir jetzt so ein geiles Skin und alle sehen, ich bin der Pro. Aber, wie gesagt, das macht dich nicht besser. Ja. Und dann haben wir wieder so einen Anubis, der hat, äh, Gravehound, diesen Geletthund. Und, ja, wie gesagt, ob man es braucht und ob such ich besser aus, als ein normales Skin, bei manchen Frage mir nicht, ob das wirklich so ist. Oder ob die Leute halt nur machen, um auffällig zu, also um aufzufallen. Der Motto, guck mal. So, Anhur. Hast du schon mal bei Anhur den zweiten Skin gesehen? Der ist richtig pottig. Nö, nicht. Der sieht aus wie so ein Olympia-Läufer. Ja, sieht der jetzt auch schon, wenn ich so laufe. Ja, aber der hat so richtiges Olympia-T-Shirt an, wie von heute, in der heutigen Zeit. Ach so, okay. Naja. Naja, hab ich noch nicht gesehen. Kommt schon der erste an. Oh, die rennt direkt durch. Huch. Wo soll die denn? Bring da mal rüber. Haha, der hätte da nicht gedacht, wa? Kriegen sie erstmal auf den Sack vom Turm. Der andere, der eine ist ja auf unserer Seite, auf der anderen. Ja. Ja, den können wir uns necken. Na, jetzt ist er weg. Er kriegt nochmal ordentlich hier auf den Sack. Ja, lass mal warten, bis wir die Minions kommen. Du musst noch aufpassen, da haben wir wieder den Assassinen, diesen Loki. Der macht gut Schaden, der Junge. Aber der kriegt ordentlich auf den Sack vom Turm. Natürlich ärgerlich. Für ihn. Sag mal so, wenn sie sich die ganze Zeit angreifen lassen, ist das natürlich selber schuld, naja. Der taucht gleich wieder hinter einen von euch auf. Hey, der ist abgehauen, okay. Na, Loki hab ich fast gekriegt, aber... Na, dafür kriegen wir ihn hier. So, zack, weg ist er. Soll uns hier nicht verarschen. Ey, den Punkt haben wir schon mal eingenommen. Sagen, wir gehen ja zur Mitte. Jo, können wir machen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ah, da sehe ich auch schon einen, der uns entgegenkommt. Oh Gott. Wie ist der denn? Der explodiert hier erstmal. Fuck, Alter, was macht denn der? Ist der hinter mir her? Na, 50 HP. Sind da noch zwei. Lokis hinter dir. Na, ich glaube, ich bin gekommen. Puh, mit 50 HP. Na gut. Aber dann drei Leute. Ich dachte, die könnten mich snacken. Gibt's nicht. Oh Gott. Die werden jetzt nicht unseren Turm rapen. Ach, darum Loki. Brennt irgendwie alles. Ah, Loki mit meiner Ulti noch gesnackt. Ach, das ist dieser Typ, der uns hier all outpacket. Oh Gott. Fuck, fuck. Ah, der Turm hat mich gebasht. Na egal. Einen Killer habe ich auf jeden Fall gemacht. Na, ich komme mal rüber. Ja, ich glaube, ich versuche hier mal abzuhauen, weil der Typ hier mit seinem Feuer, der ist nicht lustig. Und dann, ich kühlt mit dem Feuer, der wollte sich gerade zurückporten. Ja, ich werde auch nicht mehr viel. Das ist gut. Dann ist der jetzt erstmal wieder schön hinten. Okay, ich würde sagen, ich gehe jetzt in den linken Turm, weil da ist auch wieder keiner. Ja. Beim rechten haben wir Anruhe. Dann mach ich das schon. Mach ich das erstmal hier, weil... Ja, mach. Mal gucken, dass ich hier alleine den Turm platt mache. Momentan ist da jedenfalls keiner von den anderen. Bloß gucken, dass meine Minions mitkommen, weil ohne die schaffe ich das noch nicht. Ja, ist klar. Ja, aber hier sind ziemlich viele Gegner ausstellen, die muss ich erstmal alle wegmachen. Die Anruhe macht auf jeden Fall gut Schaden mit seinem Sperr. Okay, los Leute, stürmt diesen dreckigen Turm. Oh Gott, da kommt einer. Er hat mich getroffen. Oh Gott, jetzt kommt da der nächste. Jetzt sind schon wieder zwei. Und noch ein dritter. Und die haben mich so schnell gekillt, dass ich nicht mal meine Fähigkeit benutzen könnte. Okay. Also hier, rechte Seite ist noch... recht ruhig. Naja, die sind alle bei mir drin gewesen. Also jedenfalls drei oder vier waren natürlich. Ah, da kommt Loki. Ja, gut, zwei sind bei den jeweils anderen Türmen. Bei mir waren also drei und bei euch. Oh, da kommt einer dicht bei uns an den Spawnrand, fähig. Ach so, der will nur gucken. Da, ach so. Ach, da kommt auch einer von hinten. Oh. Habe ich ja gar nicht gesehen. Also ich kann doch noch gar nicht abschätzen, wie stark die Ulti von dem Anruhe ist, wie viel ich mir erlauben kann alleine. Ja, ne? Jawohl, ich habe ihn gekillt, weil er zu viel wollte. Er dachte, er kriegt mich noch. So geschieht ja das Recht, äh, du kleines... ...kleines... ...kleines... ...kleines Bürschchen, ne? Na, kommt schon her. Ich sehe den nächsten mal rumhocken. Habe ich mir den nächsten gleich mal. So geht das nämlich nicht. Also Leute, ist es auch immer clever und empfehlenswert, äh, zum Beispiel, wenn ihr euer Ulti ready ist, das in den Local zu schreiben, ja? Alle Leute wissen, euer... Euer Ulti ist ready. Hat mich gerade einer gemacht, ich weiß nicht, ob der auch von unserem Team war oder nicht, oder ob das überhaupt beim Gegnern angezeigt wird, aber... ...generell immer eine gute Idee. Ja, bisschen schlecht. Ja. Wir wissen immer alle Bescheid. Ich mach's nicht. Da schleicht sich von hinten einer an und denkt, ich sehe ihn nicht. Kleine Drecksauer. Wo ist denn hin? Ach so, unser Freund ist auch schon wieder da. Ach, da ist er. Was? Tot! Oh Gott. Das ging schnell. Das muss man gar nicht schreiben, das kann man so auswählen. Wenn man V drückt, dann hat man die ganzen Befehle, die man direkt reinschreiben kann. Okay. Durchkommen. Habe ich nämlich schon gewonnen, wie schnell er dann schreiben würde. Wie machst du es nochmal mit dem Befehlen? V. Und dann kannst du, ja... Ja. Zum Beispiel D, die Fähne, dann was die Fähne. B. Wenn du, weil ich jetzt gemacht habe, aber... Was schon. Der geschrieben hat, war nichts. Ach so, habe ich irgendwas gedrückt, habe aber... Der hat auch Musa. Jawoll. Er ist hinüber. Also rechte Seite kommt die ganze Zeit, keiner. Also... Recht cool hier. Hm. Ja, warte mal du. Wenn man Ulti erstmal wieder ready ist, dann guckst du aber doof. Oh ja, der macht Schaden. Na los, trau dich. Ja, denk... Denk doch, du kriegst mich. Zeig dir mal was, Junge. Ich komm mal mit zur Mitte. Irgendwie noch ein Kill-Clown. Das ist bestimmt mal drin. Was? Der hat mich gekillt, ohne... Äh, ohne Witz. Ah, das war der Turm bestimmt. Oh, Gott. Oh, noch ein bisschen mehr tankt. Das geht so nicht. Fuck. Ulti voll doof in Arsch. Das finde ich fest. Das ist geil. Ärgerlich. Na, ich mach Ulti, dann werde ich gestunt, dann kommt die Mauer und dann ja. Voll doof in Arsch. Ja, zumindest haben wir alle drei Türme. So langsam geht's richtig gut ab. Oder ist der Turm wieder weg? Egal. Sag mal so, wenn wir jetzt ein bisschen Vorsprung... Rausholen, ist natürlich geil. Na, ein bisschen was haben wir schon, aber... Na, rechte Seite gehe ich mal wieder hin. Ah, sind die hier wieder zu zweit? Okay. Feuerhain. Ah, hier ist Loki am Start. Logik, gar nix. Feuer-Typ hier ist echt zum abfacken. Fuck, fuck, fuck. Ah, Loki einfach mal gekillt. Ja. Darüber kommt dann natürlich jemand drauf an, wie man den Helden spielt, ne? Ja. Tja, du kommst nicht weg, Junge. Äh, wo ist er hin? Ja. Er hüpft hier umher. Aber der kommt nicht mehr weg, Junge. Weg mit ihm. Loki direkt wieder. Ach ja, da ist er umhergesprungen. Dachte er, er ist der King. Kam ich aus der Ecke raus. Durch die kleine Abkürzung. Fuck. Na gut, Loki macht auch schon gut Schaden. Hat er wahrscheinlich gerade die Fähigkeit nicht bereit gehabt. Ja, ja, diese, seine Endfähigkeit ist so eine Art Wechsel und du hast dann einmal hinter dir steht und es verschwindet halt, dann steht er auf einmal hinter dir und dann gibt er dir richtig auf den Sack und du bist ja auch noch betäubt. Eine ganze Weile. Also, ehrlich gesagt, nur für eine Sekunde, aber das reicht schon aus, weil wenn er hinter dir steht, macht er 20% mehr Schaden, dann kriegt er normalerweise schnell noch mit einer zweiten Fähigkeit und dann kriegst du schon ordentlich auf den Sack. Ja, das glaube ich. Ah ja. Sollen wir jetzt überraschen, warum wir ihn hier? Fuck, der ist gerade so weggekommen. Ja, der Turm. Ja. Ja, dann habe ich. Passt. Ey, wie will er mich verarschen, der beamt sich hier immer durch die Gegend, ey. Wer denn? Na, dieser komische Feuertyp, immer wenn ich die angreifen will in meinem Ring, ist auf einmal auf der anderen Seite des Rings, der beamt sich so umher. Ich krasse Scheiße, die abgeht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich beamt, weil der immer plötzlich so mit einem Schlag auf einmal weg ist. Da liegen wir uns halt verliehen, wir verliehen den Turm. Ja. Ja, mit haben wir es auch, na gut. Zweite Woche haben wir auf jeden Fall. Hilfen wir mal unserem Kumpel, den hier aufzuhalten. Halt Nazis. Ey, warum kommt der jetzt zu mir? Der hätte auch von der anderen Seite kommen können. Geilere Überraschungseffekt gewesen. Ah, wie er sich hinter der Ecke versteckt hat, wie billig war das denn? Denkt er, wir sehen ihn nicht, oder was? Doch wirklich der, der komische Schnetzler, ja? Oh. Hat er jetzt geil, der ist einfach mal hier rüber gesprungen. Der hat auch gerade diesen Cheetah-Sprung gemacht, über unbegehbares Terrain. Ja, da können viele den Sprung. So, erstmal einen weggesnackt und kommen die nächsten unterher. Und den nächsten. Double Kill. Genauso gehört sich das. Also hier, rechte Seite ist definitiv recht chillig. Jetzt schnappen wir uns den Turm hier wieder. Wir haben keine Schnitte, die Gegner. Ohne Witz. Der Turm gehört uns, Jungs. Aber ihr könnt gerne auf den Sack haben, wenn ihr wollt. Ich renn einfach fast alle auf einmal weghau. Jetzt komme ich mal von hinten. Ach, jetzt rennt er, der Junge. Jawohl. Na gut, ich wollte gerade helfen kommen. Ja, ich habe die zwei Leute alleine platt gemacht. Der eine ist noch gerade so weggekommen mit richtig wenig Life und der andere, der dachte, der kann mich snacken. Also Odin ist schon krass drauf. Der ist nicht nur tankt, der macht auch noch richtig gut Schaden. Besonders mit seinen Fähigkeiten. Da haben die Fighter keine Schnitte. Ah, fuck. Ah, jetzt habe ich verloren. Ah, fast nur hinten gekriegt. Da flamend gerade einer den Loki, ja, dass der fucking stupid ist. Da kann er sogar recht haben, eventuell. Oh, jetzt hier lock ich den Feuertypen. Ach ja, von hinten kommt er jetzt hier, oder was? Ich gehe mal wieder rechte Seite. Ich habe das Gefühl, da sind jetzt welche gleich auf dem Weg dahin. Pass auf, da, wo ihr gerade langlauft, da sind zwei Leute. Ne, Quatsch, du bist ja irgendwo anders. Ja, so ein bisschen, du, auch da. Na gut. Ja, wobei rechts ist safe, da kommen schon die NPCs wieder durch. Ne, du bist ja, ich habe dich erwischt. Ja, der war gerade unsichtbar, habe ich mich schlagen aus Versehen. Durch Zufall halt. Neul, der hat nicht gekillt, der Loki. Der macht ungelogen super viel Schaden, ne? Ja, wenn er mal zu kommt, Schaden zu machen, ist er stark. Oh ja, wie viel Vorsprung wir noch hatten. Ja, das war ein eindeutiges Match. Ich glaube, das war schon eine ganz coole Runde. Auf jeden Fall. Bringt er hoffentlich ordentlich Punkte, ja, 44 Punkte. Wesentlich, also um einiges mehr als, äh, letzte Runde, aber, ja. So, ziemlich cool. Gut, Kills nur drei Stück, aber, naja. Wie sieht's, wie sieht's mit deinem Favor aus? Ähm, fast 5700, ich hatte ja gerade in der Club. Ja, ich hab jetzt auch wieder 2025, kann man mir bald auch wieder einen Helden kaufen, aber es geht doch, ähm, geht, also, man kriegt doch relativ schnell Raver, wenn man ein paar Runden spielt. Auf jeden Fall. Doch nicht so langsam, wie erst erwartet. Wenn man richtig abgeht, geht das schon. Jo, dann würde ich sagen, das war's mal wieder. Jo, hat Spaß gemacht, und, äh, ich hoffe, euch hat's auch Spaß gemacht, und ihr schaltet nächstmal wieder ein. Nee, wir haben ja richtig geiles Match-Spielen. Und bis dahin, macht's gut, ciao.